Wir haben eine lange Geschichte schwuler Emanzipation in der Schweiz. Angefangen 1836 mit dem Buch Männerliebe von Heinrich Hösley über die Legalisierung 1942 bis zum Partnerschaftsgesetz 2007. Doch die Geschichte ändert hier nicht. Niemand darf diskriminiert werden. Niemand darf Opfer von Hass verbrechen werden. Alle haben das Recht zur Hehe. Es geht nicht um etwas Abstraktes. Es geht um uns. Es geht um jeden Einzelnen von euch.